Auf Freitagmorgen. Hier sind die ganzen Babys und da vorne noch die Mutter und dahinten die Kleen. Hier sind die Suppenhühner. So, jetzt sind wir hier im Altersheim. Das heißt hier so eine Pflege. Altersheim, ja. Hier ist die Ecke, wo der Pastor seine... Hier ist jemand verstorben. Am 8. Juni. Ah je. Da hinten ist die Bibliothek. Hier ist ein Klavier. Noch ein Klavier. Da vorne ist die Cafeteria. Da gibt es jetzt Kuchen. Leseraum. Da ist der Innenhof. Ist nicht ganz billig hier. Der Außenbereich. Hier für die Raucher noch. Die Bundesliga wird auch übertragen. Großleinwand. Kieferglocken. Und hier gibt es auch solche Apartments. Ganz schlecht. Aber das muss doch irgendwie zusammen sein. Ja, ja. Da sind bestimmt so Altenwohnungen... Hier sind so mehr die Pflegefälle, die im Haus selber wohnen. Und dann gegenüber haben die noch eigene Wohnungen, Apartments. Auch mit Aufzug, ne? Muss ja. Ja. Dann sagst du was. Ja, so wird's entkämt. Ingestatt. Ach, geht schon. Ach, geht schon. Danke. Ach, geht schon. Das ist creepy. So sieht das Ansatz aus. Von einer Seite. Er hat hier das Bürgervogel. Sieht aber nicht so aus. Jetzt waren wir in der Blue Box. Und da vorne ist das Ansatzhaus. Und hier ist das Arbeitsamt.